ich bin wir sind wir sind echt vorliegten Westeros aber hier was denn hallo und herzlich willkommen zu let's play und dann damit wo kann man das denn auswählen was man so freischaltet das kann nur ich auswählen wenn ich das so das habe ich du hast du schon angenommen gehabt deswegen habe ich nicht mehr mehr nichts wird nicht mehr das bei dir auch machen können immer wieder auf wo drauf da drauf genau das ist ja voll easy viel zu kompliziert das ist scheinlich ein neues Teil okay das ist das neue Level oder eine neue Lobby ein neues Level okay war noch extra kurse spielen nach der Hauptkompagnie das heißt ach so ja dann war das jetzt richtig oder ich hoffe doch oder da will ich nicht rein ich gehe nochmal in den Exit wir haben müssen zuerst das ist aufgegangen die Tür ist aufgegangen komm wieder her aber ist das 3 nein das ist so falsch vielleicht ist das nur für ein Einzelspiel für den einzelnen Spieler irgendwas aber es macht keinen Sinn ja jetzt ging ja siehst du mich erst aufgegangen als du weggegangen bist egal komm einfach so in den Exit ja ich bin ja schon da wir müssen da oben hin ja wie uns das ja auch so schön angezeigt wird da rein kommen wir über dieses Brettchen da ne und wie kommen wir dazu auf dieses na okay guck mal da unten ist dann die 4 und so weiter okay ähm ein Rätsel in der Lobbyauswahl super wie kommt man denn da rüber hallo was hallo bist du drüben hä wo bist du hier bist du da rüber gekommen wo bist du hä die haben wir drei warte ich gern vermeint dein Portal wo musste man das hinschießen ah okay irgendwie leckt es ab und zu ein bisschen das leckt es aber auch in Tess ist aber blöd naja egal weiter geht's nein nein oh ich wollte eigentlich egal ach haben wir überhaupt schon gestartet die Aufnahme ich muss noch schnell synchronisieren aber im Ladebildschirm wird ja eh rausgekattet was macht dem Ladebildschirm überhaupt keinen Sinn man sieht ja gar nicht wenn ich klicke da haben wir super da muss ich nur das noch ganz kurz das machen und dann auch ausgekantet das ist nicht möglich von den Menschen Aschen 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 Aschaffen und dann auch die Menschen Aschen 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 Aschaffen erschaffen sie etwas wundervolles und lassen es dann fallen wisst ihr warum sie diese Strecke aufgaben so tödlich ein Glück dass wir nicht werden können ja 50 Euro so viel zu müssen nachher lebt 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 und weiter jetzt zu heißen der will diesmal ist nicht ultra lang geladen müssen daher naja ist das kacke ähm ok und jetzt was genau ist das Ziel hiervon ach so hab ich gar nicht gesehen dass da auch so ein hör doch auf hey f*** dich boah ich ich äh porte mich irgendwie grad hier hin und her hör auf jetzt ich mach ja nix guck's mich an das ist schon schlimm genug hey mann was willst du mich verarschen du boah boah hey f*** dich was hast du gemacht schießt doch dein portal aus hey woher wusstest du dass es da weiter geht hm wie wo ja dass du das portal genau hierher schließen musst kann man auch zwei Meter drüben schießen aha ach so ja was weiß ich wie das dann geht muss nur hier drüben landen ok und jetzt nehm an muss da hinten ein zwischster am das worte nehm warte nein 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 ich mach nix und jetzt ähm hier und und jetzt können wir dann rüber runter ok war ja easy pf pf da da ich 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 okay muss wohl dein portal du kannst dich durchschießen da ist er ja nein du musst weißt du was du machen musst ne du musst äh hier ein portal hinschießen ja das dachte ich mir schon fast so dass ich äh also und hier irgendwo glaub ich wenn das geht ja geht ungefähr hier aber jetzt noch nicht erst wenn ich wenn ich oben wieder runter ja dann schießt du dann nochmal ein portal in das meins wieder weg ist ok spring boah war zu früh ok warte einfach bis ich oben wieder runter fall ja du musst nochmal dagegen schießen dass meins wieder weg ist oder ich schieße mein zweiter hin ok ja das bringt jetzt was warte mal das muss höher dass du dann da drüben nein ja jetzt lauf mal da rüber ja also hier muss äh ein drück mal tap ja hab ich da da muss ein ball rein ok ja sehe ich und den ball krieg ich wahrscheinlich von hier mhm also hier muss der Fall der Ball raus mhm das heißt du musst irgendwie ach so ja ist ja easy ja ja mach Sinn ja geht da rein naja warte da kommt erst dein ball raus wo muss der hin dahin da muss ich ihn wahrscheinlich hier drauf werfen ach ne das geht ja nur nach oben nein hin ja das ganze nochmal machen wieso damit ich dort hin kann ach so ja ist ja klar ähm na was was hast du gemacht ich hab nichts gemacht du hast den Ball da rein rollen warum hab ich den Ball da rein rollen lassen ah da kommt ein neuer raus ok passt ach der Fall achso wir müssen nicht nochmal drücken nein ok ja 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 das Problem ist aber wenn ich jetzt hier oben springe dann komm ich ja mit dem Ball da rein verstehst wo rein ach so ja dann geb ich halt von hier unten den Ball also müsste ich eigentlich können spring einfach mal da hoch hab ich dich verarscht wa hu 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 ach ja ok ok ich hoffe das geht dass du dann da drankommst komm hier runter so und jetzt nimm dir den Ball sehr schön so jetzt muss nur noch ich da hinkommen ich muss erst das Portal schießen ach nein es geht nicht ähm mach da einfach mal weg dann haut das wie ist das irgendwo auf der Seite ach so ich kann da ja nicht durch warte ich gleich meine Portale mal kurz ja ach warte mal ich kann ich kann es auch einfach so machen na das lag nicht schade ich kann es auch einfach so machen und du springst jetzt hoch m okay sauber die eine gute Eigenschafts der Menschen bekommen ich gebe euch einen Tipp es ist die eine Sache die wir nicht können das ist was dann ist die eine Sache die wir nicht können und so lieben m ha das gehen ein Teil Hey! Okay, nächstes Level! Jetzt haben wir wieder ultraleine Ladezeiten. Wahrscheinlich. Also hoffentlich nicht, aber wahrscheinlich. Ich hoffte diese alten Tests könnten mir wieder ein wenig Freude bereiten. Doch selbst euer angestrengtes Versagen beglückt mich nicht. Wo muss das hin? Wo was mit hinter dir? Hinter mir, was? Da! Hin! Mach den, ja. Oh, was! Du bist fast umgeworfen, ey. Wenn ich jetzt das Gelbe dahin schieße, dann... Ach, das musst du machen. Ja, hast recht. Schieß, da hin. Die Wand. Dann geht nicht. Hm. 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 Ich wär lustig, hahaha. Haha. Haha. Nein, ich wusste etwas im Kopf. Scheiße. Hahaha. Okay, das ist unproduktiv, was du tust, David. Ich bin enttäuscht von dir. Haha. Haha, bitch. ich will mich auf die Stellen voll unfair das ist jetzt bitte ja ja ist ja gut da oben das bringt ja nichts das kann man nicht mal hinscheißen kann man also nicht hinscheißen ok warte mal kann man lass mich mal durch nein schade das kann man kann man das von hier sehen nein kann man nicht dann warte kurz ich hab noch ne Idee ok da ist doch nichts wo man sich hinstellen könnte ähm was passiert denn wenn du hier ist ähm ach ja ist ja ganz klar jetzt schießt da ein portal hin setzt das rote portal hey du hast doch da drüben eins gesetzt oder ach lol fuck jetzt geh da hin und setz da ein portal hin ich muss mir dann noch irgendwie den Strahl reinleiten dann nochmal das rote bitte das rote ich sehe mich doppelt ähm was genau bringt uns das jetzt ich weiß nicht wie es da aussieht wie es da aussieht wie es da aussieht wie es gibt wie es gibt es etwas was wo man hinschießen kann wenn man da durchguckt ja da warte mal wo ja nicht also ich kann hier ja ich sehe es ja da drüben ne was ist wenn ich jetzt da reingehe und direkt da versuche hinzuschießen ich probiere es wenn es das klappt ja warte dann muss ich umdenken nach rechts muss ich da gucken ne ja ach so wenn ich sterbe gehen die ja eh kaputt die Portale das hat also das ist also Schwachsinn da hört es auch schon wieder auf war ja ich glaube ich ja ich habe ich habe nicht gesichert das ist ein langer Stück nicht mach ich das weiß aber ich nicht da hätte ich bin um ich glaube irgendwas immer an irgendwas 8 9 was denn da kann man ja durchschießen wieder kann man durchschießen ähm ich weiß nicht vorbei ach hier kann man durchschießen hier durch die Decke ne nach hier hin also so und kann man eben nicht durchschießen warum nicht aber warte ach hier ist klar das ist klar dazwischen ja das ist eine gute Frage ähm warte ist doch ganz klar schieß da nochmal ein Portal hin und jetzt warte geh mal da weg äh so dass du nicht stirbst ach so scheiße ich sterbe ja dann ähm ich hatte mich jetzt gedacht dass man dann einfach äh dass man dann einfach diese Straße direkt daneben tut oder halt da drunter dass man dann da drauf kann durch dein Portal ja aber das geht ja nicht weil dieses Jahr gelöscht wird und ich dann sterbe äh ich glaube irgendwann Denkfehler machen wir grad hm 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 warte kurz was ist denn wenn du dein Liedernis Portal jetzt hier hinschießt ans Ende von dem hier das geht ja nicht ach so ah ah ja aber das wäre nicht das Problem also dann hätten wir sie schon längst größten Leiter kamen nur auf diese Weiche vielleicht weil er ja ich weiß nicht mehr ist das habe ich aber hat halt nicht gedacht Luca die Falle ich dir das ist super dass wir aus jeder Prozent Perspektive sehen wundervoll hey wo das ist ich fast runter gehauen ja gehen wir es dann weg bitte hm ich bin wir sind wir sind echt voll die Tüten besser das Komm an hier komm mal her komm mal her was denn ähm wie ging das jetzt sicher bei einem Portal hierhins jetzt könnte ich habe einfach nur das gelbe von dir austauschen müssen meine ich bin hoch im Meer oder ein es ist glaube ich nicht zu da sein wo der rote ist gleich musste da hinsetzen nachher ja dann gehen wir hier durch das bringt das und jetzt setzt du hier dann gäbe es hin das ist 20 minuten gebraucht Prozent 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 die Mara in diesem Test so oft versagt es ist als wäre die Menschen aber wenn das wirklich der Fall wäre würdet ihr es immer wieder und wieder versuchen Menschen bewundern diese Eigenschaft Prozent 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 das gefahrt wurde nämlich gespielt zu haben und dann geht es Prozent Prozent die Lernziele Schichtler oder auch noch auf der Seite das hat ein paar Prozent wir haben wieder zu kompliziert gedacht hier Prozent wie lang war die Folge jetzt? 20 Minuten wieder. Ja, ich will zeigen, das war es doch am Stück. Die Pflanzen wachsen, unfassbar. Man kann Pflanzen nicht testen. Wir haben es versucht. Sie halten alles aus und zeigen weder Schmerz noch bunt. Unwissenschaftlich. Okay, ähm, ja. Ja, tut uns leid, dass wir gerade so kläglich dumm waren. Kann ja auch mal was sagen. Ja, genau. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und sagen bis zum nächsten Mal, oder? Nein, sage ich nicht, nein. Okay, das hast du schon gesagt. Also, okay, dann tschüss. Ich bin Kollege Jörg, ich bin cooler, das ist eher so. Dann gewiss du schon. Bis zum nächsten Mal, ciao.